Die schwäbische Hausfrau wusste es schon immer. Am besten keine Schulden, am besten ein ausgeglichener Haushalt. Nun, wie ist das bei Staaten? Ist das dort anders? Ist es zum Beispiel für Griechenland ein Problem, 350 Milliarden Euro Schulden zu haben? Nun, Staatsverschuldung ist ein komplexes Feld, keine Frage. Und Staaten haben andere Möglichkeiten, ihre Schulden zu begleichen als Privatpersonen. Nun, warum uns gerade das nicht gleichgültig sein sollte, erklärt Professor Güter Hilsmann. Das ist nicht für die Staaten ein Problem, deshalb häufen sie sich ja so für Schulden an. Aber gesamtwirtschaftlich sieht die Sache sehr viel anders aus. Gesamtwirtschaftlich ist das durchaus ungünstig, aus verschiedenen Gründen. Die Staatsverschuldung führt dazu, dass der Rest der Wirtschaft weniger stark sich entwickeln kann, als es ohne diese Verschuldung der Fall wäre. Denken Sie zum Beispiel an Italien, wo die Staatsverschuldung sehr hoch ist. Oder Japan, wo die Staatsverschuldung eben auch sehr hoch ist. Japan ist ein sehr technologiestarker Staat. Es gibt eine relativ große Bevölkerung. Aber die Staatsverschuldung ist eben auch enorm. Der Staat nimmt halt die Ressourcen in Anspruch, die dem Rest der Wirtschaft fehlen. Das ist ein Grund, aus dem das Wirtschaftswachstum in Japan in den vergangenen 30 Jahren und 35 Jahren sehr viel geringer war, als in der Nachkriegszeit. In der Nachkriegszeit hatten die Wachstumsraten zwischen 5 und 10 Prozent. Und in den vergangenen 25, 30 Jahren war es halt eben zwischen 0 und 5 Prozent. Und in Westeuropa ist das ähnlich. In Frankreich ist die Staatsverschuldung auch ein größeres Problem als bei uns. Noch größer ist es in Italien. Und auch die italienische Wirtschaft wächst infolgedessen natürlich weniger, als sie es könnte, wenn diese Staatsverschuldung nicht so stark wäre. Ja, schauen Sie sich Kleinstaaten an, wie Luxemburg, die Schweiz, San Marino, aber selbst Länder wie Holland oder Finnland. Das sind Länder, die eigentlich immer mit ausgeglichenem Staatshaushalt operiert haben und denen es auch nie irgendwelche größeren wirtschaftlichen Verwerfungen gibt. Und das sind Länder, deren Wirtschaft in sehr guter Verfassung ist, muss man sagen, ausnahmslos, wo die Wirtschaft halt stark wächst. Die eigentlich so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Der Staat hat zwei Mittel an der Hand, die dem Otto-Normalverbraucher fehlen und die auch allen Unternehmen fehlen, jeglicher privatwirtschaftlichen Organisation. Das Erste ist, dass der Staat Steuern eintreiben kann. Das heißt, er kann sich Geld verschaffen, ohne auf die Zustimmung seiner Geschäftspartner sozusagen angewiesen zu sein. Er kann den Leuten einfach das Geld abknöpfen, natürlich nicht willkürlich, sondern per Gesetz. Aber das ändert nichts daran, dass diese Zahlungen erzwungen sind, statt dass sie eben freiwillig erfolgen durch einen Tausch oder durch ein Geschenk. Und das Zweite ist, dass der Staat die Möglichkeit hat, durch die Notenpresse seine Schulden zu begleichen. Die Staaten haben halt in allen Ländern Zentralbanken eingerichtet, durch die ein immaterielles Grundgeld erzeugt wird. Also das Papiergeld, das uns bekannt ist und auch das Giralgeld. Und diese Art von Geld kann der Staat halt durch die Zentralbanken im unbegrenzten Umfang, technisch gesehen zumindest, produzieren, sodass er dann halt auf diese Weise immer seine Schulden zurückerstatten kann. Es gibt zahlreiche Probleme. Ein Problem ist halt, dass es in der Tat hintenrum erfolgt. Das heißt, es erfolgt nicht durch den normalen gesetzlichen Weg. Normalerweise, wenn man halt gesetzliche, gibt es halt eine gesellschaftliche Diskussion. Zumindest wird die Sache, steht irgendwie im öffentlichen Raum, da kann sich jeder seine Meinung dazu bilden. Es werden dann zum Teil Parteien danach gewählt, es werden Regierungen danach gebildet, wie die Einzelnen zu dieser Frage stehen. Ist man dafür oder dagegen? Und dann gibt es halt Mehrheiten und es gibt keine Mehrheiten. Und bei der Inflationsfinanzierung, also durch die Notenpresse, ist es halt eben so, dass das Erfolg völlig unabhängig davon, ob die Leute einverstanden sind oder nicht. Das ist wirklich rein willkürlich. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist dann, wenn dadurch Staatsschulden in einem größeren Umfang zurückbezahlt werden, kann es halt eben dazu kommen, dass es zu Preiserhöhungen kommt. Und diese Preiserhöhungen können in der Tat zum Teil sehr dramatisch sein. Aber selbst bei moderater Preisinflation gibt es sehr große Probleme, dadurch, dass das ganze Wertegefüge der Gesellschaft auseinander geht und auch der Wirtschaft auseinander gerät. Insbesondere bei moderater Inflation gibt es halt starke Anreize dazu, sein Geld in Immobilien anzulegen und in Finanztiteln, also Aktien zu kaufen, insbesondere aber auch Staatsanleihen und was weiß ich. Und das führt halt eben auch dazu, dass eine Vermögensbildung, insbesondere in Form von Immobilien, immer kostspieliger wird. Das heißt, die Preise der Immobilien steigen relativ zu den Einkommen der Bevölkerung. Das heißt, insbesondere ist es ein großer Nachteil für junge Leute, die noch keine Eigentümer sind. Das ist ein gewisser Vorteil für diejenigen, die bereits Vermögen sind, die bereits Immobilienbesitz haben. Aber für diejenigen, die erst mal Vermögen aufbauen müssen, wird es halt immer schwieriger. Die konkreten Gründe können sehr verschieden sein. Zum Beispiel kann es sein, dass eine neue Regierung an die Macht kommt, die sehr große Versprechungen gemacht hat während des Wahlkampfes. Und die jetzt also gezwungen ist, die Versprechungen zumindest ansatzweise zu erfüllen, aber nicht die Steuern erhöhen möchte. In dem Fall ist dann die Verschuldung die einzige Möglichkeit. Also werden dann die Schulden angehoben. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich in der Vergangenheit vielleicht immer durch die Notenpresse finanziert hat. Und das jetzt nicht mehr möglich ist. Ein Beispiel ist die Schaffung der Eurozone am Ende des letzten Jahrhunderts, als dann Länder wie Frankreich und Italien und verschiedene andere Länder auch auf einmal nicht mehr die Notenpresse benutzen konnten, um ihren Staatshaushalt zu finanzieren, was sie vorher immer gemacht hatten. Und in dem Fall gab es halt die Möglichkeit, okay, wir schaffen einen ausgeglichenen Staatshaushalt, dass wir leben jetzt mit unseren Mitteln, wir geben nur das aus, was wir in Steuern reinbekommen. Aber dazu gab es halt den politischen Willen nicht. Das heißt, das hat man da ein paar Jahre gemacht, um das Recht zu haben, in die Eurozone hineinzukommen. Und dann wurden diese guten Vorsätze wieder über den Haufen geworfen, als man erst mal drin war. Und man hat angefangen, sich wieder stärker zu verschulden. Aus dem Blickwinkel eines Privatshaushalts oder eines Unternehmens, dann ist es in der Tat so, dass man manchmal, dann lohnt sich die Verschuldung, weil es eine gute Kaufgelegenheit gibt. Ich überlege mir als Familie eine Residenz halt zu erwerben. Ich kann ein kleines Haus kaufen, das halt eben jetzt besonders günstig gerade zu haben ist, aber ich habe das Geld nicht selber. Sondern dann nehme ich einen Kredit auf, kann es mir verschaffen. Als Unternehmen kann ich mir sagen, okay, es gibt halt die Möglichkeit, hier und dort eine Investition zu tätigen, weil ich das Land oder die Firma, die mich interessiert, oder die Waren, die ich per Handel vertreiben möchte, die ich besonders gut erwerben kann, aber ich habe das Geld nicht. Also nehme ich einen Kredit auf, um es zu erwerben. So, jedes Mal da ist halt, ist der Kredit nützlich, weil ich sozusagen einen Standard habe, an dem gemessen, der Kredit mir ein zusätzliches Einkommen verschafft oder eine Einsparung erschafft. Aber die Staatsausgaben haben das gemeint, dass der Staat halt eben nicht versucht, dadurch Geldeinkommen zu erzielen. Das ist nicht Zweck der Staatsausgaben. Genau aus diesem Grunde hat man ja einen Staat. Die Sachen, die der Staat macht, wenn die rentabel wären, das heißt, wenn die Einkommen erzeugen würden, die höher sind als die Kosten, dann bräuchten wir überhaupt keinen Staat, dann könnten wir jetzt alles einfach Unternehmen anvertrauen. So, das bedeutet aber eben, dass sozusagen alles Verlust erbringt. Es ist immer ein Kosten da. Und genau deshalb ist es erforderlich, dass man dem Staat die Mittel vorschreibt, die er einsetzen kann, um seine Ziele oder die kollektiven Ziele zu verfolgen. Wenn das Budget nicht definiert wird, kann das ausarten, dass der Staat ein totalitärer Staat wird. Man kann halt sagen, wir haben einen Polizisten pro 10.000 Leute der Bevölkerung, einen Polizisten pro 1.000, einen Polizisten pro 100 oder vielleicht einen Polizisten für 10 oder einen Bodyguard dafür, für jeden. Und der Polizist kann selber ausgerüstet sein, der kann halt vielleicht nur einen Knüppel, der hat vielleicht eine Pistole, der hat vielleicht auch ein Maschinengewehr, der hat vielleicht auch ein Panzer, was weiß ich. Also je mehr Mittel man einsetzt, desto besser wird das Ziel natürlich erreicht. Aber das führt natürlich dann dazu, dass dem Rest der Gesellschaft die ganzen Mittel entzogen wird, die auch für die anderen Zwecke, für die anderen Zielsetzungen halt verwendet werden. Also es ist halt eben erforderlich, dass dem Staat immer genau vorgeschrieben wird, welchen Umfang der Mittel er überhaupt in Anspruch nehmen darf.